Ohne den gesperrten Kapitän Patrick Schaaf und auch ohne Aaron Frey machte sich die ESG Barockstart auf die 350 Kilometer lange Reise zum Balinger SC. Für Patrick Schaaf übernahm im Kaiserstuhl Leon Pomnitz die Binde. Milan Habermehl feierte sein Debüt in der Startelf. Erste gute Szene im Spiel nach vorne, der lange Ball von Rinderknecht und da fehlt Denisse Wuso nur eine Fußspitze, sonst kommt er hier an den Ball. Direkt danach nur 20 Sekunden später wieder Rinderknecht und super gemacht von Marius Köhl. Sein Abschluss aber zu zentral für Torwart Benedikt Grave. Ja, es war ein Spiel, das die Barockstart wirklich gut machte hier. Sie ließ wenig zu, dann aber dieses Brett hier von Samuel Zapico auf Gaudermann, den kann er nicht unter Kontrolle bringen. Und so kommt Balingen zur ersten Möglichkeit durch Ivan Nowakovic. Ja, vor der Pause kaum Gefahr für das Fuldaer Tor und noch eine gute Szene, die die Führung hätte bringen können. Marius Köhl macht den Ball scharf hier auf Moritz Reinhardt und da ist die Führung um ein Haar, zumindest um ein Haar. Aber da ist noch der Holger Buchs, der auf der Linie klärt und so dem Balinger SC, das 0 zu 0 zur Pause rettet. Keine Tore in den ersten 45 Minuten hier in Balingen. Gleich rein in die zweite Halbzeit. Etwas mehr als eine Stunde jetzt schon vorbei und wir sehen eine Szene, wo man mal sieht, wie engmaschig das alles war hier. Dennis Owusu. Schaut euch das an, wie eng es wird. Leon Pomnitz will abziehen, kann nicht abziehen, will abziehen, kann nicht abziehen. Also wieder raus zu Leon Petö. Der versucht etwas. Der Ball in die Mitte, wieder abgelegt, wieder Pomnitz, wieder nicht die Möglichkeit abzuziehen. Petö versucht es, geblockt. Es war so dicht und eng. Ja, es war eine typische Szene hier. Dann nochmal, es ist immer noch nicht vorbei. Gaudermann mit der Flanke dann und dann haben die Balinger die Situation unter Kontrolle. Und dann wird es strittig. Abschlag Zappiko und achtet auf Marius Köhl. Er geht hier hoch. Ja, klar, Foulspiel mag ja sein, aber dann macht der Balinger hier viel mehr draus. Laurin Toast. Und was macht der Schiedsrichter? Köhl ist bereits verwarnt, aber das ist doch nie im Leben eine gelb-rote Karte. Aber für Kader Yakci ist es eine. Er schmeißt Marius Köhl für diese Aktion vom Feld. Unglaublich viel zu harte Entscheidung und damit fehlte am Sonntag gegen den FSV Frankfurt. Aber der Schiri Yakci, der machte noch mehr auf sich aufmerksam. Denn die spielentscheidende Szene, sieben Minuten vor dem Ende, die kommt hier. Und auch da steht er wieder im Mittelpunkt. Erstmal jetzt hier der Fehler von der Barockstadt. Bringt Balingen ins Spiel. Das hätte gar nicht passieren dürfen, aber dann passiert eben diese Szene. Achtet auf Erika Nieme am Rücken, die Hand und der Schiri gibt Elfmeter. Wo soll er denn hin mit seiner Hand? Wo soll er hin? Er gibt Elfmeter. Die nächste strittige Entscheidung gegen die SG Barockstadt nach dieser Hereingabe von Luca Köbele. Ja, schaut euch das an. Erika Nieme, er grätscht in den Ball und kriegt ihn hinten an die Hand. Eine Frechheit dieser Elfmeter. Balingen interessiert das recht wenig. Und sie machen das 1 zu 0 durch Ivan Nowakowitsch, der Siegtreffer in der 83. Spielminute. Ja, fader Beigeschmack natürlich in dieser Szene durch dieses Tor und den Platzverweis. Und dann noch eine Situation. 96. Minute, sechs Minuten Nachspielzeit. Die Barockstadt versucht es nochmal. Und Schiedsrichter Yakci pfeift das Ding hier einfach ab, obwohl die Barockstadt in Ballbesitz ist. 0 zu 1 in Balingen verloren.